Heute sind wir mit der Poseidon unterwegs zum Riff 1. Um viertel vor zehn tauchen wir ab. Auf dem Weg nach unten begegnen wir dieser freischwimmenden Moräne. Um viertel vor zehn tauchen wir ab. In diesem Durchgang hat sich ein Gabeldurch zurückgezogen. Opa hat der Moräne wartet eine Putzergarnele auf Arbeit. Dann noch eine weitere Moräne. Jetzt geht es langsam wieder nach oben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Das weiße sind durchscheinende Seescheiben. Cornelia hat da etwas entdeckt. Den Schleimfisch kann ich noch filmen, doch was dahinter ist, kriege ich nicht auf den Film. Das weiße sind durchscheinende Seescheiben. Das weiße sind durchscheinende Seescheiben. Das weiße sind durchscheinende Seescheiben. Nach 50 Minuten ist dieser Tauchgang vorbei. Wenn dir der Film gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, ebenso wie über einen kurzen Kommentar. Und wenn du keine Filme mehr verpassen willst, dann solltest du den Kanal abonnieren.